Hallo liebe Fußballfreunde, meine Meinung von Wiesbaden, Wiesbaden ist ein toller Verein, ja, aber kann ich euch sagen, ist eigentlich Drittliga-Mannschaft. Ich kann gerne ehrlich und offen sagen, wegen auch, ist ein toller Mannschaft, ja, aber von Dritte Liga, das sage ich auch gar nicht, Regionalliga verfehlt so stark. Und Zweite Liga viel zu schwach, Bundesliga ebenfalls viel zu schwach, kann nur Dritte Liga gut kämpfen. Das ist übrigens meine Meinung, jedenfalls. Bitte gib das nicht auf. Und das ebenfalls, wie FC Mappens, habe ich gesagt, das ein Ausbilderverein ist von Wiesbaden, aber von Dritte Liga. Mehr auch nicht, ich weiß, ich bin aus wie ein Punk aus. Aber Wiesbaden ist eigentlich ein guter Verein von Dritte Liga, mehr auch nicht. Das ist meine Meinung, ich weiß, dass es gerade nur ein Minuten sind, ist aber meine Meinung. Kürze, meine Meinung, viel Spaß von diesem Video. Liebe Wiesbaden-Fans, kannst gerne mir abonnieren. Mein Kanal heißt Fußballfreunde, kann gerne euch mich abonnieren. Viel Spaß.